Zack, bumm, da sind wir wieder hier live aus Pugging Studio 1 bei Pearl TV und hier bekommen Sie Produkte aller Art. Das Schöne ist, Sie werden auch noch beraten, wir zeigen Ihnen also, was die Produkte können. Und wir haben wieder so ein Produkt jetzt ausgesucht für Sie, denn das ist toll, wenn Sie Auto fahren, wenn Sie Fahrrad fahren, wenn Sie zu Fuß unterwegs sind, wenn Sie Motorrad fahren, wenn Sie Roller fahren, was auch immer, ob Sie Ski fahren oder was Sie auch immer machen, Segeln oder Pilot sind vielleicht und mal ab und zu fliegen, da haben wir etwas, das bringt Ihnen mehr Sicherheit. Was das ist, das sagt uns Ann-Kathrin mit dem neuen Cocktailkleid. Tada, genau, ich habe heute ein neues Kleidchen an, aber das ist jetzt gar nicht so wichtig, ich habe nämlich wieder mal was Tolles mitgebracht, wie Sie das ja eigentlich schon bei Pearl gewohnt sind. Sie fragen sich bestimmt auch mal, was hat die Koschen wieder für tolle Sachen mitgebracht, Sie können es bestimmt kaum noch abwarten, ich auch und deswegen lege ich jetzt los. Ich habe zwei Brillen mitgebracht, einmal eine braune und eine gelbe Variante, die braune hast du gerade auf, das ist die für den Tag. Ja, es gibt zwei nach Hause, ne? Es gibt zwei nach Hause, die Tagesversion, die hast du gerade aufgesetzt, so kann man es natürlich auch machen. Naja, ich wollte das nur mal zeigen, dass die zwei, für das kleine Geld, zwei Brillen nach Hause und die können was. Braun, gelb getönte Spezialbrillengläser sind das, mit einem Dreifachschutzsystem, einmal haben sie eine leichte Kontrastverstärkung, das heißt, du siehst hier extrem scharf, kann das sein? Ja, stimmt. Oh ja. Und die Kameramänner sind plötzlich auch ganz scharf. Alle sind scharf heute. Alle sind scharf. Ich bin ja weitsichtig, jetzt mal wieder Scherz beiseite, und es ist so, dass ich also so Mittelabstände, die sehe ich etwas verschwommen, die sehe ich dann, Sie kennen das bestimmt, wenn Sie auch weitsichtig sind, aber jetzt muss ich sagen, es ist alles scharf. Und ohne Brille nicht. Ne, ist echt toll, muss ich wirklich zugeben. Genau, und die ist perfekt, zum Beispiel bei Zwielicht oder wechselnden Sichtverhältnissen, oder zum Beispiel, wenn man Auto fährt und die Sonne extrem tief steht, dann blendet. Das ist unangenehm, man kann sich gar nicht mehr auf den Straßenverkehr konzentrieren, weil man einfach noch zu tun hat, dass man die Sonnenblende richtig einstellt und, und, und. Das ist extrem nervig. Ob Sommer oder Winter, das betrifft auch den Günther zum Beispiel, wenn Sie also wirklich unterwegs sind und Sie haben eine nasse Straße und die Sonne spiegelt drauf, da gibt es Reflektionen, Sie kennen das alles und dann sieht man nicht mehr richtig, oder im Winter beispielsweise, wenn Sie auf der Autobahn bei Nessel einen LKW überholen, da sehen Sie nichts mehr, da stehen Sie im Dunkeln. Aber hier haben Sie wieder den Durchblick und Sie können sogar in die anderen Fahrzeuge reingucken. Genau, das was du gerade nennst, ist der Polarisationsfilter, das wäre nämlich die zweite Sache, weil ich habe ja gesagt, dreifach Schutzsystem, also einmal Kontrastverstärkung, dann der Polarisationsfilter, was du gerade genannt hast, das ist auch eine ganz tolle Sache und UV-Schutz, wie sich das gehört für eine Sonnenbrille, für eine ordentliche Sonnenbrille, ist ja wichtig, dass wir nicht nur die Haut schützen bei Sonne, sondern auch unsere Hautlein. Die Augen, die brauchen wir ja dringend. Die brauchen wir ganz dringend. Also nochmal, egal ob Sie nun, was? Nö, mach ruhig. Autofahren oder Motorradfahren oder Mopedfahren, Mofafahren, Rollerfahren oder Rollschuh, Inlineskate oder Outlineskate oder Snowboard oder Skier, alles das können Sie gut gebrauchen, vor allen Dingen auch die Piloten, die müssen ja auch immer eine gute Sicht haben. Und das ist jetzt die Tagbrille, jetzt haben wir aber noch die Nachtbrille, die Sie bei Nacht aufsetzen. Die sollten Sie eigentlich, oh, das ist ja noch besser. Ja, das ist die gelbe Spezialbrille mit den Spezialbrillengläsern. Hier sehen Sie perfekt nachts, das ist ganz wichtig, denn die hat eine starke Kontrastverstärkung und die ist zum Beispiel perfekt bei der Dämmerung. Oder wenn zum Beispiel ein Autofahrer vorbeikommt, es gibt doch diese komischen Autofahrer mit diesem Xenon-Licht, was so furchtbar blendet, ich hasse es. Und du siehst plötzlich nur noch blau-gelbes Licht und diese Filter, diese blauen schädlichen Strahlen sozusagen heraus und du siehst wieder extrem gestochen scharf. Hat hier auch wieder diesen Antireflex-Polarisationsfilter, schweres Wort. Ja, kann es aber gut. Deswegen muss man extrem langsam sprechen. Und auch hier mindert es wieder diese Spiegelungen und die Richtreflexe, die Lichtreflexe, die Richtreflexe, ja. Zum Beispiel auch bei nasser Straßen, wenn es geregnet hat, dann blendet das ja immer so. Ja. Und das wollen wir natürlich auch nicht. Der UV-Schutz liegt bei 400, das ist gut, sportlich elegant geschnitten. Der Rahmen dieser Brille sieht also wirklich gut aus, ist leicht gebogen. Ja. Und jetzt kommt es, es schützt auch seitlich vor Sonne und Fahrtwind, ne. Genau. Wenn Sie also dann im Freien unterwegs sind, zum Beispiel bei den Skifahrern oder Radfahrern oder was auch immer, muss ja nicht immer nur das, oder Cabrio beispielsweise, da haben Sie natürlich seitlich auch Schutz. Und das kann man auch sehen, ich stelle mich mal zur Seite hin, so, sehen Sie, weil die eben so schön leicht gebogen ist und deshalb haben Sie das. Ja. Guck mal, ja. Ist natürlich auch toll, wenn du Cabrio fährst, ne, weil viele bekommen ja auch durch dieses Oben ohne Fahren, weil ich jetzt was sage, durch dieses, also wenn sie Cabrio fahren, bekommen sie auch so schnell eine Binde. Die Hautentzündung. Stimmt. Und da kann sie das natürlich auch super vermeiden. Ja. Okay, meine Damen und Herren, Sie sollten, wie gesagt, beide Brillen, die bekommen Sie ja beide nach Hause für diesen kleinen Preis immer dabei haben oder immer im Auto parat haben. Denn die Lichtverhältnisse ändern sich ja ständig, wenn Sie mal längere Reisen machen, entweder sind Sie vielleicht geschäftlich unterwegs oder auf Montage, äh Montage, auf Montage. Genau. Oder auf Dienstage oder Mittwochtage. Oder Oster, Dienstag, ne, das weiß ich. Wie auch immer, ähm, oder in Urlaub beispielsweise, im Urlaub, ja, auch da kann man die wunderbar gebrauchen. Die wiegt nur 20 Gramm, die ist wirklich super leicht, sitzt aber sehr, sehr fest und man spürt sie kaum. Was man aber hat, mehr Sicherheit, weil man praktisch mehr sieht, das kann man so sagen, ne? Genau, richtig, ja. Gut. Das ist eine tolle Sache und sieht auch wirklich super sportlich aus, super elegant, ähm, passt heute super zu deiner Krawatte, kann man nicht anders sagen. Ich bin halt ein schicker Mann, ne? Ja, mit einer schicken Brille. Mit Durchblick sozusagen. Genau, extrem scharfe, sarfe See, scharfe See, ich sollte heute das reden lassen und das Türbein lassen. Ja, die beiden Legastheniker moderieren wieder gemeinsam hier live aus Pugging. Ich denke, wir fassen mal zusammen für all diejenigen, die jetzt gerade im Dunkeln stehen, damit sie auch den Durchblick haben. Hier ist die Zusammenfassung, meine Damen und Herren, schauen Sie sich das an. Ganz herrlich. Unsere Brillen haben eine prima Passform, denn sie sind sehr sportlich und elegant geschnitten. Dann kommt nach Hause einmal die Tagesversion, die hat eine leichte Kontrastverstärkung und einen Reflexionsfilter. Und die Nachtversion ist kontrastreich und sehr scharf, zum Beispiel perfekt für bei Dämmerung, Sie wissen schon. Und hat einen Antireflexpolarisationsfilter, der mindert nämlich Spiegelungen und Lichtreflexe. Und beide Brillen haben außerdem noch einen UV-Schutz. Ja, das ist wichtig, also mehr Sicherheit für Sie. Mehr Durchblick für Sie. Und Pearl TV hilft Ihnen mal wieder richtig weiter, meine Damen und Herren. Das ist wichtig für jeden, der unterwegs ist beispielsweise. Und gerade bei mir, da ich ja weitsichtig bin und eigentlich nur eine Lesebrille trage, ist die natürlich für die Rundumsicht wunderbar. Ja, wunderbar. Ist genau das Richtige. Ja, kann ich nur sagen, jetzt ran ans Telefon, nicht mehr warten und gleich bestellen, bevor der Preis wieder höher geht. Aber brauchen Sie keine Angst haben. Kann aber sein, dass wir schnell ausverkauft sind. Und da ziehen Sie dann den Kürzeren. Das wollen wir nicht, ziehen Sie ruhig den Längeren. Okay? In diesem Sinne. Bis gleich, meine Damen und Herren. Bestellen Sie jetzt zum besonders günstigen Pearl TV Preis. Einfach unter 0180 51 51 3 mal die 2. Oder auf www.pearl.tv. Und denken Sie dran, egal wie oft Sie an einem Tag bestellen, bei Pearl TV bezahlen Sie nur einmal Versandkosten.